Der 25. Mai ist ein wichtiger Tag für Österreich und für Europa. Es geht darum, dass wir die zukünftigen Weichenstellungen vornehmen, ob Europa menschlicher, bürgernäher, arbeitnehmerfreundlicher wird oder ob es weiterhin von Konzernen und Wirtschaftsinteressen allein bestimmt wird. Die Sozialdemokratie hat eine inhaltliche und hat eine personelle Alternative gegen die derzeitige konservative Dominanz. Sie leitet Eugen Freund. Eugen Freund ist ein internationaler Kenner. Eugen Freund ist jemand, der weiß, was die Menschen brauchen. Und Eugen Freund ist jemand, von dem ich weiß, dass er alles tun wird, um Europa eine Spur menschlicher, sozialer und gerechter zu machen. Daher am 25. Mai meine Stimme für Eugen Freund, dem einzigen Politiker, der zweimal EU in seinem Namen trägt.